Ich habe da in einem abgesperrten Platz einen ganz interessanten Fund gemacht und zwar ist es ein alter Audi, eine Limousine steht eigentlich auf einem Platz, wo alles neue Fahrzeuge und neuere Fahrzeuge stehen und siehst du da, der sieht aus wie wenn er mal einen bösen Unfall gehabt hätte aber ich finde das immer spannend zu sehen, wie das Gras an die Natur wieder kommt und sich das Auto wieder zurück holt Schau mal, das Gras wächst durch den Motor, durch das Licht, durch die reifen Felgen auch auf der anderen Seite und das bleibt einfach da macht natürlich eine gute Gattung, wenn man da so neue Fahrzeuge verkauft und dann nebendran noch so ein, so könnte es dann mal aussehen, Wagen da steht das ist glaube ich der 8 Zylinder gewesen, wenn es mir echt ist, könnte das der A8 gewesen sein aus den 90er Jahren und dann dann das ganze Zeit der 1 2 3 2 3